Moin, du wurdest angetippt. Was geht ab? Wir geben dir fünf Spiele 10 Euro und dann kannst du hier im Tipico Shop um die Ecke auf die Spiele tippen. Warum nicht? Ich hoffe, ich bin mehr dabei. Man City auf jeden Fall. Jura Sané, brutaler Spieler. Heimsieg. Gladbach Hamburg. Da passiert nicht viel beim Spiel. Unentschieden. Stuttgart Bayern. Jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, würde auf Bayern tippen. Ich als Stuttgarter Lokalpatriot glaube aber an meine schwäbischen Jungs. Deswegen sage ich Heimsieg Stuttgart und die Zehnerquote ist auch nicht schlecht. Die nehmen wir mit. Leipzig Hertha. Ich glaube, da muss ich mit der Quote gehen. Leipzig geht gerade ziemlich ab. Ein Sieg Leipzig. Die französische Liga kenne ich mich nicht so gut aus. Beides wunderschöne Städte. Obwohl ich noch keine davon war. Ich würde einfach mal auf den Unentschieden tippen. So. Geht schon, oder? Was? 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 Bis zum nächsten Mal.